Hehehe, Interneton. Jo, zurück bei Rage. Und dann gebe ich, soll ich mit Starkim das Rennen fahren, weil er mir gerade beim Verlassen gesagt hat. Und dann kann ich sein Auto gewinnen, aber jetzt habe ich schon gekauft. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Was soll mir schon passieren? Was soll mir schon passieren? Außer der Tod. Na, wie geht's dir? Schlecht, hoffe ich. Oh, ne, 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 ne. Zielsrohraketen knapp. Wunderbar. Wer braucht schon Zielsrohraketen? Wer braucht das schon? Niemand braucht sich so. Lasst mich alle in Ruhe. Ich bin an meinem Ziel angelangt, ihr könnt mich gerne haben. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Das kann doch nicht passieren, dass ich das erst machen muss. Schild, noob. Schild, noob. Du! Störst meine Kreise irgendwie. Boah, ich bin gleich tot. Okay. Ich verstehe, was sie mir sagen wollen mit dem Monarch. Papier. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gerade noch geschafft. Meine Energie ist am Ende. Meine Energie ist am Ende. Beim Cockpit brennt es schon wieder. Super. Okay, kann ich jetzt hier rein? Okay, super. Müssen wir doch mit Stark hier nachher reden, sofern ich heil zurückkomme. Das Ding, das du nicht baust, ist vielleicht genau das Ding, das dir in den Hals retten kann. Oh. Schau, ein Bandit beim Kehren. Ist das nicht schön? Ist das nicht süß? Das tat sicher weh. Moment, Moment, Moment. Geräusche. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wen haben wir denn da? Was? Hey. Lass mich raten. Noch einer von Redstone's Jungs. Was sind die alle Söldner? Camp Red. Yeah. Okay. Okay. Warte. Nein. Wo, 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 wo? Was habe ich denn hier? Kamera übersehen. Okay, wie komme ich? Wie komme ich? Wie? Komme ich? Okay. Okay, wunderbar. So nicht. Folge dem Kabel. Ich habe schon, dass mich irgendein Rädchen drehen, bewegen. Ich habe was gehört. Wir suchen. Okay, suchen. Warum ist das hier jetzt weg? Oh, nein. Wow. Du hast mich gut erwischt. Elegant. Freestyle. Ich gehe mal runter. Keine Ahnung. Ja, ja. Quatsch. Aha. Lauter Müll. Oh, großartig. Warum sollte es auch... Nein. Oh. Komm du her. Genau, komm her. Und dann schießen wir das nicht auf. Au. Au, 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 au. Ist er gut, ist er gut. Ah. Oh. 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 Hallo. Oh. 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 wechseln, weil sonst dauert das ja. Oh shit, komm, komm weg 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 weg. NEIN! Na! Na! Beschiss! Woah! Hey, stopp! Name of love! Kann ich sogar reden? Oh shit! Anscheinend können wir nicht darüber reden, aber ich wollte auch nicht. Stopp! 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 Du mich auch! Blablabla! Oh! Oh shit! Oh shit! Mama! Solltest du zurückgehen, wird Ränzen und ich wollte dafür kalten! Oh, ich will auch so ein kleines Ding haben. Komm her! Lass ihn hin, Uwe! Ich eh dich einfach. Okay. Komm mit, Freund. Wir gehen noch... ...keine Ahnung rum. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ich freue mich darauf, dich zu töten! Au! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Halt mich hier raus! Töte ihn! Du bist kein Freund, oder? Was zur Hölle? Sieh dich vor von meinem Freund! Du hast mir gut geteilt! Hallihallo! Da ist er schon wieder! Unser! Liebster! Spielkammer! Halt! Freund! Zwetschgen! Alles klar! Immer in Bewegung bleiben! Immer in Bewegung bleiben! Immer in eine Sache! Oh no! Und? Wer stellt meine Kreise? Wer stellt meine Kreise? Ich drück einfach hier E! Und nichts passiert! Ich hab E gedrückt! Ich hab E gedrückt! Hauptsache ich hab E gedrückt! Los! Beweger! Geh vor! Oh! Oh! Lalalalala! Woah! 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 Was zur Hölle passiert? Mein Lieben ist da! Au! So good! Bis spät! Nächstes Mal! ich weiß nicht nicht wirklich aber ich habe die e-taste und die leute das ist nicht gut ja ich lebe noch immer keiner weiß warum habe ich und da haben wir wieder aus dem trinken wunderbar du wirst bald dein leben vermissen jetzt habe ich das völlig verpasst und ganz woanders hingesehen lasst mich nicht abkratzen wir speichern okay wir speichern und ich brauch die escape-taste was drücke ich denn hier wir sehen uns im nächsten part wieder danke bis zu sehen macht's gut tschüss so